Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge von Ostrich Island. Mal schauen, was wir hier haben. Was ist das? Ah, okay, das dürfte noch gar nichts sein. Gehen wir mal zurück. So. Okay. Okay. Nein! Der kann nicht tauchen! So, schneller laufen. Oh, vielleicht sollte ich das mal lesen. Okay, ich fang einfach ganz früh vorne mal an. So, was steht. Okay. Okay. So, schneller. Okay. Okay. Ah, bist du so langsam? Okay. 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 Na, komm her. Okay. 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 Du springst mich hoch genug. So. Okay. 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 Renn! Ja! Nein! Uh oh! Ich laufe da einfach nicht noch ein. Hey, da war noch ein! Ah, das Versteuerung macht mich verrückt. Warte mal. Okay, ich kann das jetzt nicht machen. Renn! Da oben ist ja noch eins. Ich laufe! Au! Nein! Nicht wieder runter! Wie war es da oben drauf? Und jetzt gehst du da hin. Los! Bleib oben drauf! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Nein! Nein! Ja, wenn ich jetzt da hinspringen, dann bin ich tot. Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Das ist sicher nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Nein! Spannungslose Spannungslose Okay, dann nochmal. Hup! Nein! So doof, ne? Okay, und jetzt wieder zurück, weißt du? Ja! Los! Also das mit dem Hüpfen, das hast du noch nichts mehr, ne? So. 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 Toll. Das hilft mir jetzt gar nicht. Da hoch! Da hoch! Ja. Ach, weißt du was. Ist er zum Kriegen? Okay. Ja. Okay. Ich bin nicht weg. Okay. Ja, man sollte die Schilder lesen, um einfach mal einfach mal drüber zu sprechen. Nein, 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 ho, ho, ja! Das kleine bisschen brauchte ich nur noch. Oh nein! Hey, ich hab's geschafft! Okay, ich sollte zum Shop, da kann ich was freischalten. Und die Zerstörung macht mir die Luft. Ja, das müsste es sein. Und wo ist jetzt der Shop? Ja, ich hab's geschafft! Ist das der Shop? Oh ja! Das wär's doch gar nicht mehr. Okay. Da sprich mich auch mit dem Hut durch. So, frisch. Okay. So, das war das erste Inselchen. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit dem zweiten. Vielen Dank fürs Zuschauen!